Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Wir sind mitten in einer kleinen Videoserie über die AGB, die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und hier geht es um die Wertungsmöglichkeiten. Wertungsmöglichkeiten, das ist eine Formulierung, die wir im Gesetz finden. Es sind die Paragraphen vor allem 308 und 309, wie wir gleich noch sehen werden. Aber zunächst mal der Begriff Wertungsmöglichkeit. Was ist Wertungsmöglichkeit? Wertungsmöglichkeit ist ein Interpretationsspielraum. Und zwar von wem? Wer kann interpretieren? Nun letztlich der Richter. Also die Wertungsmöglichkeit ist der Interpretationsspielraum des Richters. Und wir sehen, wenn wir in diese Paragraphen hier reinschauen, dass wir einen Paragraphen haben ohne Wertungsmöglichkeit. Ja, also hier nochmal Wertungsmöglichkeit ohne und mit Wertungsmöglichkeit. Ohne Wertungsmöglichkeit, das ist der Paragraph 309. Das heißt, das ist ein Paragraph ohne Interpretationsspielraum für den Richter. Wenn dort eine Klausel steht, das steht ja im Zusammenhang mit Klauselverboten. Ja, die Überschrift in den Paragraphen heißt ja Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit und Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Ein Klauselverbot ohne Wertungsmöglichkeit ist eine absolut verbotene Klausel. Hier hat der Richter keinen Interpretationsspielraum. Und Mitwertungsmöglichkeit ist der Paragraph 308 und auch da schauen wir mal kurz rein. Schauen Sie, Paragraph 308, BGB natürlich, bürgerliches Gesetzbuch, steht oben drüber, 308. Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Und die haben sowas, da steht zum Beispiel der Begriff unangemessen lange, nicht hinreichend bestimmte Fristen. Ja, hier muss der Richter interpretieren, ist das, was der da gemacht hat, jetzt unangemessen lange oder ist es zwar lange, aber nicht unangemessen lange? Ist die Frist hinreichend bestimmt oder nicht hinreichend bestimmt? Das muss der Richter im Einzelfall dann entscheiden. Also, wir haben die Paragraphen 308 und 309 im BGB, im bürgerlichen Gesetzbuch. Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit und Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit. Von daher lautet auch die Prüfreihenfolge rückwärts. Erst Paragraph 309 und dann prüfen wir 308. Wenn wir im 309 was finden, dann sind wir auf einer sehr sicheren Seite. Wenn wir eine Klausel finden, die dort als verboten deklariert wird, dann hat der Richter keinen Interpretationsspielraum. Wenn wir eine Klausel finden, die hier reinpasst in 308 BGB, schauen Sie ruhig mal rein ins Gesetz, dann müssen wir auf die Entscheidung und Interpretation des Richters zu unseren Gunsten hoffen. Ja, das war es schon wieder. Hoffen Sie auch auf besseres Lernmaterial, denn ich bin dabei, Video-Coachings zu entwickeln. Besser als Bücher, billiger als Seminare. Schauen Sie unter spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist...